Es war kurz vor Weihnachten und ich wurde im Rahmen meiner Facharztbildung gerade auf der Intensivstation eingearbeitet. Drei Ertrinkungsfälle unter sieben Jahren in zwei Tagen. Das war der Tag, an dem mir klar wurde, dass ich nicht für die Intensivstation geeignet bin. Ich möchte dir in dieser Folge mehr über Ertrinkungsunfälle bei Kindern erzählen und dir 16 Dinge an die Hand geben, die du wissen solltest, wenn du dein Kind besser schützen möchtest. Hallo und herzlich Willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter. Ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Wasser ist etwas sowas Schönes und es kann dennoch wahnsinnig gefährlich für dein Kind sein. Da jetzt die Badesaison losgegangen ist, habe ich ein sehr starkes Bedürfnis, mit dir über Ertrinkungsunfälle bei Kindern zu sprechen. Ich möchte dich aber auch besonders aufmerksam darauf machen, dass nicht nur der Pool, nicht nur das Schwimmbad gefährlich für dein Kind ist, sondern dass auch Pfützen oder die Badewanne für dein Kind eine ernsthafte, lebensbedrohliche Gefahr darstellen kann und dass du, egal um welches Gewässer es sich handelt, sobald Mund und Nase von deinem Kind theoretisch davon bedeckt werden können, ist es für dein Kind lebensgefährlich. Und wie du dir vorstellen kannst, reichen da bereits wenige Zentimeter. Ich habe in der Klinik einige Ertrinkungsunfälle gesehen, einige davon waren zu Hause, teilweise auch in Gesellschaft der Geschwisterkinder in der Badewanne, als die Mama nur ganz kurz rausgehen wollte, um im anderen Klo etwas zu erledigen. Einiges davon war im Urlaub auch sehr dramatisch. Und im Endeffekt haben sie alle immer eine Sache gemeinsam und zwar, dass Eltern sagen, ich muss nur ganz kurz etwas machen. Und dieses ganz kurz reicht, um sein Kind in Lebensgefahr zu bringen, was nämlich so gefährlich ist und warum Eltern in solchen Situationen dann viel zu spät merken, dass das Kind bereits am Ertrinken sozusagen ist, ist, dass die Kinder nicht schreien, nicht wedeln, nicht fuchteln, sondern still, heimlich und alleine im Wasser untergehen. Es reichen also wenige, wenige Sekunden, in denen du nicht aufmerksam bist. Also kurz mal aufs Handy geschaut, kurz mal mit einer Freundin gequatscht. Selbst wenn du in eine Biene steigst, das ist auch mit Schmerzen verbunden, damit ist man erst mal ein paar Sekunden beschäftigt, kann es für dein Kind zu spät sein, bis du dann wieder aufmerksam gegenüber deinem Kind bist. Und eben Kinder ertrinken nicht laut Hals, sondern klangheimlich. Und alle Eltern lieben ihre Kinder, alle Eltern wollen ihre Kinder beschützen. Und auch wenn sie in dem Sinne keine Schuld trifft, sie müssen den Rest ihres Lebens mit den Tiefen und Schmerz und Verlust eines geliebten Kindes und den damit verbundenen Schuldgefühlen leben. Ertrinkungsunfälle sind eine absolute Tragödie. Innerhalb von Sekunden verändert sich schlagartig das Leben des Kindes, dass es entweder überlebt, oft mit schweren Behinderungen und natürlich das der ganzen Familie. Und deshalb möchte ich mit diesem Beitrag nochmal sensibilisieren, wie gefährlich Gewässer für dein Kind sein kann und wie wichtig es ist, dass du jede Sekunde mit deinem Kind in Verbundenheit bist, egal wie tief das Wasser ist, das in eurer Nähe ist. Die Rettung deines Kindes liegt einfach in deiner erhöhten Aufmerksamkeit. Und vielleicht rettest du sogar eines Tages ein anderes Kind, dessen Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht rechtzeitig zu Hilfe eilen können. Denn es geht einfach so wahnsinnig schnell. Und jetzt möchte ich dir einfach mal 16 Dinge auflisten, die du über Ertrinkungsunfälle unbedingt wissen solltest. Also wie ich bereits gesagt habe und ich erwähne es gerne nochmal, weil es so wichtig ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass das, was man im Fernseher sieht, einfach völliger Quatsch ist. Das heißt, Kinder ertrinken still und leise und du darfst nicht damit rechnen, dass du sie hören oder sogar dabei sehen kannst. Daher musst du zu jeder Zeit wissen, wo dein Kind ist und was es macht. Sicherheitshalber lässt du dein Handy im Schwimmbad zum Beispiel einfach aus. Es wird nichts bringen, wenn du deinem Kind erklärst, dass es Schreien oder Handzeichen geben soll, wenn es Probleme gibt. Denn beim Ertrinken werden Instinkte aktiviert, die das Überleben deines Kindes sichern sollen. Und je stärker der Unterschied zwischen Körper und Wassertemperatur ist, je mehr Haut in Kontakt mit dem Wasser ist, desto intensiver ist die ausgelöste Überlebensreaktion des Atmungskreislaufmuskel- und Nervensystems. Und das ist auch der Grund, warum das Kind still und leise ertrinkt. Der Körper möchte das Kind schützen, indem es sich komplett auf die Atmung und auf das Abhusten von Wasser fokussiert. Und damit schaltet es das Schwimmvermögen aus. Das ertrinkende Kind hat also keine Kraft, um nach Hilfe zu rufen, Schwimmbewegungen zu machen oder Handzeichen zu geben. Auch nochmal zur Wiederholung, Punkt 3. Ein Kind kann auch in der Badewanne oder in flachen Gewässern mit wenig Zentimeter Wasserpegel ertrinken. Theoretisch muss das Wasser nur so hoch sein, dass Mund und Nase gleichzeitig untertauchen können. Punkt 4. Verlass dich nie, niemals auf den Zaun, der zum Beispiel einen Teich umgibt. Punkt 5. Wenn du deine Kinder in der Badewanne planschen lässt, bitte überlasse nie, nie die Verantwortung für ein kleines Kind beim größeren Kind. Nach dem Motto, pass doch mal bitte kurz auf, ich muss mal schnell. Du weißt nämlich nicht, ob das große Kind in der Lage ist zu reagieren. Und jede annähernd gefährliche Situation kann das ältere Kind natürlich schwer traumatisieren. Punkt 6. Du solltest jedes Jahr, das ist meine persönliche Meinung, ein bis zwei Erste-Hilfe-Kurse besuchen. Punkt 7. Du darfst dein Kind nie aus den Augen lassen. Punkt 8. Verlass dich nicht darauf, dass dein Kind ein guter Schwimmer ist. Insbesondere in starken Strömungen des Meeres können auch erfahrene Erwachsene überrascht werden. Insofern ist es auch gut, wenn man mit seinen Kindern in Gewässern schwimmen übt, die bewegt oder unbewegt sind. Verlass dich auch bitte nicht auf Schwimmhilfen. Die größte Gefahr von Schwimmhilfen, egal welche, ist nämlich, dass du denkst, dass dein Kind damit in Sicherheit ist. Und damit geht automatisch eine gewisse Leichtsinnigkeit oder Unachtsamkeit mit einher. Punkt 10. Je kleiner dein Kind ist, desto größer ist sein Kopf im Verhältnis vom Rest des Körpers. Das bedeutet, dass der Schwerpunkt seines Körpers verlagert ist, im Gegensatz zum größeren Kind. Und dass das Kind im Wasser Probleme bekommt, in Balance zu bleiben. Das Kind kann also auch mit Schwimmhilfe umkippen, untertauchen und es schafft es selbst nicht, wieder sich umzudrehen. Punkt 11. Dein Kind sollte lernen, im Schwimmbad nicht in der Nähe vom Beckenrand zu laufen. Viele Unfälle passieren durch das Hineinfallen in das Wasser. Punkt 12. Dein Kind sollte nicht vom Beckenrand ins Wasser springen. Es kann zum einen jemand anderen bewusstlos springen sozusagen oder selbst mit dem Kopf eine Verletzung erleiden. Denn auch Bauchplatscher können über Bauchnerven zur Bewusstlosigkeit führen. Punkt 13. Dein Kind muss frühzeitig schwimmen lernen. Behalte im Kopf, auch wenn es schwimmen gelernt hat, dass die Hälfte der 9- bis 11-jährigen Kinder nicht sicher schwimmen kann. Punkt 14. Sichere alle Wasserstellen in der Umgebung deines Hauses und behalte auch im Kopf, dass auch Pfützen für kleine Kinder gefährlich sein können. Last but not least, bringe deinem Kind Regeln bei, die er es im oder in der Nähe von Wasser einhalten soll. Zum Beispiel, es darf niemand untertauchen, es darf niemand ins Wasser werfen, es sollte immer in der Nähe seiner Aufsichtsperson bleiben, es sollte nicht rennen. Und ganz wichtig ist, wenn Geschwister gemeinsam unterwegs sind, dass man da auch erhöhte Aufmerksamkeit als Eltern bietet. Denn Geschwisterstreit kann wichtige Regeln mal schnell außer Gefecht setzen. Also es tut mir jetzt leid, wenn ich für viel Nervosität und Unruhe bei dir gesorgt habe, aber es ist einfach wahnsinnig wichtig zu wissen, wie gefährlich Wasser ist, damit unsere Aufmerksamkeit, wenn unsere Kinder in der Nähe von Wasser sind, nicht durch unwichtige Dinge von unseren Kindern entfernt wird. Egal ob daheim oder im Schwimmbad. So, das war's für heute. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Und ich hoffe, dass du dich schon für meinen kostenlosen Newsletter angemeldet hast, denn da wartet auch bald eine Überraschung für dich. So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!